Willkommen zu Call of Duty Strike Team 5. Level Walkthrough von GamerU. In diesem Level ist es am besten mit einer Angriffswaffe unter einem SMG ausgestattet zu sein. Sie werden in engen Quartieren kämpfen, daher wird die SMG Ihnen helfen, Feuer zu unterdrücken, während die Angriffswaffe hilft, Gegner schneller zu erledigen. Stellen Sie außerdem sicher, Ihre Granaten und Health Packs aufzufüllen. Am Anfang werden Sie einem Feind mit einem Schild begegnen. Dieser ist sehr leicht zu erledigen. Setzen Sie einen Teamkollegen hinter Ihnen als Deckung ein, um ihn abzulenken und wechseln Sie mit dem anderen zum FPS-Modus, um herumzuschleichen und ihn zu erledigen. Bleiben Sie in diesem Gang im FPS-Modus, um die Genauigkeitsmedaille und die Kopfschussmedaille zu erhalten. Diese Boni helfen Ihnen, die XP-Medaille zu bekommen. Sobald Sie die Tür durchbrochen haben, wird sich die Zeit für einen kurzen Zeitraum verlangsamen. Nutzen Sie die Pfeile, um alle Feinde schnell anzuzielen und die maximale XP zu erhalten. Laufen Sie durch den Raum und nehmen Sie das Dokument auf dem Regal mit. Der beste Weg, um die Mission schnell zu bewältigen, ist es, in der Nähe des Partners zu bleiben, während er den Computer hackt. Der Gegner AI wird sich immer in seine Richtung begeben. Daher wird dies zu Schießbude und wird Sie davon abhalten, auf ihn zu feuern und somit den Hacking-Prozess zu beschleunigen. Schnappen Sie sich das Dokument auf dem Stuhl neben dem Spätznas Alpha 2. Machen Sie sich auf den Weg zum Ausgang, um das Level zu kompletieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und schalten Sie ein in weitere Tipps und Walkthroughs hier bei GamerU. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020